Hallo liebe Paramotor-Freunde, das nächste Video ist dann im Start. Diesmal geht es nach Neha, das ist östlich von Malaga, wo ich auf einem Flugplatz eine ganze Reihe von lokalen Paramotor-Piloten getroffen habe. Der eine macht die ganze Zeit kommerzielle Tandemflüge und die anderen starten einfach nur so zum Spaß. Auf jeden Fall, es war ein schöner Abendflug entlang des Strands von Neha und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann! Neha 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 Terre Untertitelung. BR 2018 So, alles eingepackt. Jetzt geht es zurück nach Deutschland. Schade, aber so ist es halt. Tschaka!